Herzlich willkommen zu unserem Schnupper-Kurs für Advanced Topics von unserem Extreme Java-Kurs. Ich bin der Heinz, komme ursprünglich aus Südafrika, lebe jetzt in Griechenland, habe noch nie in Deutschland gelebt, deswegen fehlt mir manchmal der Wortschatz und meine Grammatik ist auch nicht immer die beste. Was wir uns hier anschauen wollen, ist Teil von einem Zwei-Tage-Kurs Extreme Java Camp Advanced Topics. Wir wollen uns anschauen, wie Serialization in Java funktioniert. Es benutzt das Decorator Pattern, das Dekorierer-Muster, Design Pattern. Und der Decorator, der dekoriert ein Objekt. Das heißt, anstatt dass wir Unterklassen schreiben, erweitern wir das Objekt mit zusätzlicher Funktionalität, dadurch, dass wir es wrappen, umhüllen mit anderen Objekten. Ein anderer Name für Decorator ist auch Wrapper. Wir sehen also, wir haben ganz oben den Object Output Stream. Der schreibt in einen Buffered Output Stream rein und dann schreibt der Buffered Output Stream in einen File Output Stream rein. Wenn wir den Object Output Stream benutzen, sollten wir immer, also wirklich immer, einen Buffer benutzen. Nämlich Object redet sehr viel und wenn du das nicht benutzt, wirst du am Ende sehr schlechte Performance haben, das irgendeine Ressource zu schreiben. Entweder in Sockets oder in Files wird es sehr langsam sein, Object Output Stream direkt rein zu schreiben. Es gibt viele verschiedene Arten von Output oder Input Streams. Es gibt so die Endpunkte, wie zum Beispiel Byte Arrays oder Dateien, File Output Stream. Man kann auch Sockets über Sockets schreiben und lesen. Man kann von einem Socket ein Input Stream und Output Stream bekommen. Dann können wir zusätzlich diese Output Streams dekorieren. Das bedeutet, wir können zum Beispiel Daten primitiv schreiben, Int, Long, Boolean, Byte und so weiter. Die werden immer als Big Endian geschrieben. Big Endian nennen wir auch Network Byte Ode. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 1, 2, 3, 4 als Short schreiben, dann wird erst der Byte 12 und dann der Byte 34 geschrieben. Mit Little Endian ist es andersrum. Und das macht es etwas kompliziert, wenn wir mit alten C-Programmen kommunizieren wollen, die mit Little Endian funktionieren. Da haben wir etwas in unserem Kurs drin, wie wir das machen mit Buffer. Mit Byte Buffer kann man das umtauschen, sehr leicht umtauschen. Also per default benutzen wir Big Endian. Das Interessante ist, intern benutzt Java, was immer die Horde unterstützt. Zum Beispiel auf meiner Mischung, ich habe hier Intel, da benutzen wir intern, innerhalb von Java, nutzen wir Little Endian. Das heißt, die Daten, die werden aus Little Endian gespeichert, innerhalb vom Speicher. Aber rausgeschrieben werden sie immer im selben Format Big Endian. Das heißt, es ist so eine natürliche Reihenfolge, wenn man das lesen würde, von links nach rechts. Buffern sollten wir eigentlich immer reintun. Nämlich, wir wollen vermeiden, dass zu oft die Daten aufgerufen werden. Und dann haben wir eben Object Output Stream. Da werden wir ein bisschen mehr anschauen, wie das funktioniert. Und genauer gesagt, wir wollen anschauen, wie das Caching funktioniert bei Object Output Stream und Input Stream. Das ist interessant, das kann ziemlich viele Bugs verursachen. Man kann auch G-Zippen, man kann einen Progress Monitor anzeigen. Also man kann auch selber Input Output Stream Decreate schreiben und dann beifügen. Hier ist ein Beispiel, wo ich eben ein paar Objekte schreibe. Ich habe also als erstes den neuen Java 10 Syntax mit var. Das heißt, statt dass ich sage, try Object Output Stream out, das gleiche New Object Output Stream, sage ich einfach, try var out, das gleiche New Object Output Stream. Var kann man benutzen, wenn es Sinn macht. Also hier macht es Sinn. Ich möchte nämlich nicht zweimal Object Output Stream schreiben. Ich habe also mein out und dann sage ich out.write object. Und natürlich, dies ist der Java 7 Syntax vom try with resource, dass wir auf jeden Fall Object Output Stream am Ende schließen werden. up und right object, eine Zeichenkette, hello there, ein String. Und dann mache ich ein Array List, hier benutze ich wieder das var. Das Interessante ist, wir haben ja in Java 7 den Diamond Operator bekommen. Wenn ich den hier benutzen würde, dann würde es ein Array List vom Objekt erzeugen. Nämlich, das weiß ja nicht, was für einen Typ ich da reintun möchte. Das würde hier auch funktionieren, weil ich eben einfach zwei Strings reintue und dann den Array List rausschreibe mit right objects. Es ist besser normalerweise, wenn du var benutzt für Collections, die generisch sind, dass du auch den Typ auf der rechten Seite jetzt angibst, anstatt auf der linken Seite. Also Items ist ein Array List vom Typ String. Da tue ich zwei Zeichenkette rein und schreibe das raus. Und dann, wie ich das mache, am Ende schreibe ich ein Null raus. Das zeigt mir dann, dass es sonst nichts mehr gibt danach. Beim Reinlesen mache ich es andersrum. Ich mache eben einen File Input Stream als erstes auf. Dann mache ich einen Object Input Stream, der auf dem Buffer zeigt, der auf File Input Stream zeigt. Da ist ein Grund, weshalb ich das aufgeteilt habe. Und zwei war es. Aber das ist ein bisschen zu viel Detail für hier. Im Kurs machen wir das. Da erkläre ich, weshalb das ist. Und dann lese ich rein, bis ich zu Null komme. Wenn ich bei Null angelange, dann weiß ich, dass ich fertig gelesen habe. Dann höre ich auf zu lesen. Wir können irgendetwas über so ein Object Output Stream schreiben, was Serializable implementiert. Object Output Stream und Serialization ist nicht das Schnellste. Also das ist sogar eines der langsamsten Arten, wie man schreiben kann. Aber es ist backwards compatible zurück zu Java 1.1. Das heißt, wenn ich einen Vektor habe mit einer Zeichenkette drin, dann kann ich diesen Vektor lesen, der in Java 1.1 geschrieben wurde. Das heißt, wir haben enorm lange backwards und forwards compatibility. Und diese Kompatibilität, die hilft uns eben. Und es ist deswegen gut, das zu wissen, und sehr viele Klassen, über 1.000 Klassen implementieren diesen Intis Interface Serializable. Die Collections, also sehr viele, all die Primitive Types natürlich, die Rapid Klassen. Nicht alle per Default, nämlich man muss wirklich sagen, ich möchte das haben. Es ist nicht automatisch überdrehen. Und sobald ein Objekt Serializable ist, kann ich das schreiben mit WriteObject und ich kann es später wieder von dem Stream zurücklesen mit ReadObject. Natürlich, was ich vorhin übersprungen habe, ist der ClassNotFoundException. Es kann natürlich sein, dass wenn ich das Objekt zurücklese, dass es keine Klasse für dieses Objekt gibt. Und dass ich dann ein ClassNotFoundException bekomme. Vielleicht hat jemand die Klasse gelöscht. Dieses Serializable ist ein Interface ohne Methoden. Wir können aber das Serialization steuern, dadurch, dass wir spezielle Methoden in unsere Klasse reinschreiben. Zum Beispiel Read&WriteObject, WriteReplaced, ReadResolved, ein paar andere auch noch, DiversionID und so. Und das werden wir auch nicht in diesem kurzen Tutorial machen, sondern ich möchte euch zeigen, wie das Caching funktioniert. Das ist etwas, was sehr wichtig ist und wo man sehr leicht Fehler machen kann. Hier ist ein Beispiel, wie ich eine Alien-Klasse geschrieben habe. Ein grüner Mann von Mars. Und ich habe hier mein Public Clause Alien Implement Serializable. Und alles, was ich gemacht habe, damit dieses Objekt über den Stream geschrieben und gelesen werden kann, ist, ich habe gesagt, Implement Serializable. Sonst brauche ich nichts machen. Und ich habe eben private Felder. Ich habe einen Constructor, der Argumente annimmt. Das heißt, ich habe keine No-Arguments-Constructor. Und ja, also ganz normale Klasse. Nichts Besonderes, außer es sagt Implement Serializable. Wenn ich das sage, dann ist es eine spezielle Klasse. Nun, Magie passiert. Wenn ich das Objekt schreibe, dann werden die Felder rausgeschrieben. Auch wenn sie privat sind, werden sie in den Object-Output-Stream geschrieben. Und wenn ich die Klasse wieder zurücklese, dann passiert noch schwarzere Magie oder dunklere Magie. Und zwar wird das Objekt erzeugt, ohne dass unser Constructor aufgerufen wird. Das heißt, dieser Constructor hier, den Sie sehen, Public Alien String Planet Long ID, der wird beim Reinlesen nicht aufgerufen. Der Super-Class-Constructor wird aufgerufen. Nämlich nicht, wenn er einen hat. Aber dieser hier wird nicht aufgerufen. Was wird aufgerufen? Was passiert, ist, es wird ein neuer Constructor erzeugt für dieses Alien. Und das machen sie mit ReflectionFacture.NewConstructorForSerialization. Und dann erzeugen das Objekt. Und nachdem das Objekt erzeugt wurde, werden die Final Felder geschrieben, gesetzt. Das heißt, wir wissen, dass man Final Felder nicht ändern kann. Aber hier passiert es. Hier werden die Final Felder doch geändert, während das Reinlesen vom Objekt. Also ganz komisch. Hier sehen wir unser Object-Output-DML2. Du kannst das natürlich ausprobieren. Du kannst rein tippen, es wird funktionieren. Okay, ich schreibe als erstes ein Alien von Mars. Dann mache ich eine Link-List von Alien, wo ich eben zwei neue Aliens reintue. Dann schreibe ich eben diese Liste auch raus. Etwas, was du dir überlegen kannst, ist, was würde mehr Daten schreiben? Eine Array-List oder eine Link-List? Und das kannst du ausprobieren. Und mal schauen, was ist sparsamer? Eine Link-List oder eine Array-List? Und wenn du das nicht verstehst, weshalb das ist, dann komm zum Kurs. Ganz einfach. Zur vollen Schule. So, jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich zeigen wollte. Und das ist, wie funktioniert Caching? Nämlich, da sind zwei Probleme mit Object-Output-Streams. Oder mit Streams. Das Erste ist, dass, wenn ich ein großes Objekt schreibe, dann möchte ich das, und ich schreibe das oft, dann möchte ich das eigentlich nur einmal schreiben. Und danach einen Pointer auf das Objekt schreiben. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem, was etwas größeres Problem ist, ist, wenn ich eine Circular, einen Kreis habe von Pointers, zwischen den Pointers, das heißt, A zeigt auf B, was zurück auf A zeigt. Und ich schreibe die raus, dann möchte ich nicht, dass ich eine Stack-Overflow-Area bekomme. Ich möchte, dass beide Objekte rausgeschrieben werden. Und wenn ich auf der anderen Seite wieder zurücklese, dass ich beide bekomme, die aufeinander zeigen. Das heißt, ich möchte, dass die Pointer wieder hergestellt werden auf der anderen Seite, ohne, dass ich eine Stack-Overflow-Area bekomme. Und das heißt, wir haben zwei verschiedene Caches. Auf der Object-Output-Stream-Seite haben wir einen Cache, der vom Objekt auf irgendeine Nummer zeigt. Und irgendeine Tag, eine Nummer, eine Geheimnummer. Und beim Object-Input-Stream haben wir genau das Gegenteil. Also die Nummer zeigt auf das Objekt. Lass uns mal anschauen, wie das funktioniert. Ich habe also hier Object-Output-Stream. Ich schreibe die Zeichenkette Hello. Und das geht jetzt hin und sagt, aha, habe ich das schon mal geschrieben? Guck das, habe ich schon mal geschrieben, guck den Cache an. Und nein, ich habe es noch nicht geschrieben. Das heißt, es wird jetzt in den Cache reingetan. Und das bleibt im Cache drin, bis ich entweder Object-Output-Stream schließe oder Reset aufrufe. Das wird nie automatisch gelöscht vom Cache. Das bleibt permanent im Cache. Jetzt siehst du schon das Problem mit dem Memory-Link. Dann wird rausgeschrieben, also in den Stream unter mir, Hello und die Nummer. Also beide werden rausgeschrieben. Das kommt hier von der anderen Seite rein. Wenn ich jetzt sage, in.read-Object, dann wird reingelesen vom Stream unten drunter, die Zeichenkette und die Nummer. Und die wird jetzt hier in den Cache beim Input-Stream reingeschrieben, aber andersrum. Das heißt, der Tag zeigt oft den Wert. 42 zeigt auf Hello, nicht Hello auf 42. Und was ich dann zurückbekomme als Benutzer, ist einfach die Zeichenkette Hello. Nun, wenn ich jetzt nochmal Hello schreibe, dann guckt es, habe ich das schon mal geschrieben? Ja, ich habe es schon mal geschrieben. Dann schreibt es nur die Nummer raus, nur den Tag. Und beim Reinlesen kommt nur die Nummer rein und wir sehen, was ist das eigentlich? Und dann kommt Hello zurück. Das funktioniert so bei der System, wenn wir mit Objekten arbeiten, die immutable sind, die man nicht ändern kann. Ein paar Seiteneffekte davon. Das Erste ist, wenn wir dasselbe Objekt oft schreiben, zum Beispiel mache ich einen großen Byte-Ref von einem Gigabyte, und dann schreibe ich den, schreibe ich den, schreibe ich den, schreibe ich den. Das sieht aus, als ob das schneller als Lichtgeschwindigkeit ist, das System. Das Zweite ist, natürlich ist es nicht, es wird nicht wirklich geschrieben, es wird nur in Pointe dazu geschrieben. Das Zweite ist, wenn ich ein Objekt schreibe, zum Beispiel ich schreibe einen Array-List, und dann ändere ich das Array-List und schreibe es nochmal, Java hat nicht das Konzept von Dirty Bit, das ist weiß, dass ein Objekt geändert wurde. Das heißt, wenn ich zum zweiten Mal schreibe, da wird nur der Pointe zum Objekt geschrieben, und das Objekt selber ist noch das Alte auf dem Object-Import-Stream-Seite. Das heißt, man kann dabei sehr leicht Fehler machen, dass die verkehrten Daten geschrieben werden. Das dritte Problem mit diesem, oder dritter Seiteneffekt von diesem hier, ist, dass wenn wir Objekte kontinuierlich schreiben, wir schreiben und schreiben und schreiben die ganze Zeit, und es sind immer andere Objekte, irgendwann bekommen wir ein Out-of-Memory-Error. Und was passieren kann, ist, dass wir zum Beispiel Client-Server, der Client, der Object-Import-Stream, das schreibt, und es kann sein, dass einer von den beiden Maschinen unterschiedliche Speichergröße hat. Das heißt, einer von denen kann dann Out-of-Memory-Error bekommen, vor dem anderen. Wenn du Reset aufrufst, dann werden alle Objekte gelöscht. Was die zum Beispiel bei RMI gemacht haben, bei RMI haben die die Parameter mit Object-Import-Stream geschrieben, aber die haben die Parameter in ein Byte-Array geschrieben, und dann haben sie den Byte-Array übertragen. Also natürlich haben sie den Object-Import-Stream dann geschlossen. Das heißt, die hatten nicht das Problem, dass sie ein Out-of-Memory-Error bekommen würden. Dann haben sie den Object-Import-Stream in den Byte-Array reingeschrieben, den Byte-Array dann übertragen und auf der anderen Seite wieder aufgebaut. Und so konnten die das dann managen. Natürlich mit RMI hast du nicht den Vorteil gehabt, dass wenn du oft dieselben Objekte schreibst, dass du dabei Network-Traffic sparst. Aber die haben eben das Problem vermieden von einem Out-of-Memory-Error. Es gibt viele andere Themen, über die man reden kann, und das machen wir in unserem Advanced Topics Teil von dem Extreme Java Camp. Schau dir an, extremejavacamp.de. Das ist natürlich auf Deutsch, wie du hören kannst. Und wir machen noch andere Sachen über IA, noch mehr über Serialization, wie man das steuern kann, Byte-Buffer, auch Mapped-Files, wie man damit arbeiten kann. Wir schauen uns Speicher an, Speicherverwaltung. Und da geht es um Garbage-Clickchen, auch wie man mit Memory-Leaks arbeitet, wie man die finden kann und lösen kann, wie man Leuchting-Objects finden kann und lösen kann, was das überhaupt sind, wie man Object-Churn vermeiden kann. Nicht schön, sondern Churn. Churn. C-H-U-R-N. Was das überhaupt ist und wie man das vermeiden kann. Dann schauen wir uns Reflection an. Und da gibt es zwei verschiedene Arten von Reflection. Da gibt es das Shaller und Deep Reflection. Und unter Shaller verstehen wir, wenn du Daten antastest, die du normalerweise auch bekommen könntest, zu denen du normalerweise Zugang hast. Also Public-Methoden, Public-Felden und solche Sachen. Und Deep Reflection, das ist, wo wir all diese Encapsulation, die Verkapselung aufmachen, eben in das Objekt reinschauen, wo wir nicht eigentlich reinschauen sollten. Da schauen wir auch an, wie man mit Method-Handles und Vor-Handles arbeitet. Vor-Handles ist seit Java 9 dabei. Und natürlich ist der Kurs mindestens Java 11. Ich weiß nicht, was wir gerade haben. Es ändert sich alle sechs Monate. Aber mindestens Java 11 ist dabei. Dann haben wir noch Data Structures. Da sehen wir eben verschiedene Sachen, zum Beispiel die Komplexität von verschiedenen Algorithmen, was das bedeutet, wie man Iterator schreibt. Splitterate ist auch dabei. Hashing, Sorting, solche Sachen. Und dann haben wir noch drei andere kurze Themen. Exceptions, Dates und Times und Logging. Und das machen wir in zwei Tagen. Das ist ziemlich intensiv. Es gibt auch viele Aufgaben, die du lösen musst. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, du kommst. Und ich hoffe auch, dass du hier bei diesem kleinen Tutorial etwas gelernt hast, über wie das Caching vom Object Output Stream und dem Object Output Stream funktioniert. Vielen Dank. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe,